Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrugsmasche mit dem Coronavirus. Diese Informationen habe ich direkt von der Webseite lka.polizei-nds.de. Die Corona-Pandemie wird natürlich auch für Betrugsmaschen ausgenutzt und macht den Weg natürlich für viele neue Maschen frei. Wertsachen sicher aufbewahren, so heißt es in der Überschrift. Trickdiebe nutzen die Corona-Krise, um sich unter verschiedenen Vorwänden Zugang zu eurer Wohnung oder zu eurem Haus zu verschaffen. Hier versuchen die Täter, offen herumliegende Wertsachen wie z.B. Geld, Uhren, Schmuck, Bankkarten, Autoschlüssel usw. zu stehlen. Hier gibt es wieder viele Tipps, die man beachten könnte. Wertsachen nicht in der Nähe der Haustür oder im Flur liegen lassen. Besondere Wertsachen wie z.B. teure Uhren sollten in einem Wertbehältnis aufbewahrt werden. Also diese kleinen Geldkassetten, die man kennt. Oder vielleicht, wer hat, einen kleinen Tresor. Der Tresor sollte sich nicht unbedingt dort befinden, wo ihn jeder vermutet. Es gibt so kleine Tricks, wo man seine Wertsachen zu Hause aufbewahren kann, wo nicht unbedingt jeder draufkommt. Dazu kann man einfach mal im Internet ein bisschen googeln und schauen, was man da macht. Selten, aber es gibt auch Bankschließfächer, wo man seine Wertsachen aufbewahren kann, wie z.B. eben teurer und Schmuck. Und tja, man sollte auf jeden Fall, wenn dieser Fall eingetreten ist, ganz schnell zur Schadensregulierung gehen und vorher schon Fotos von den Wertsachen machen, mit Datum, Uhrzeit und im besten Fall mit dem Kaufbeleg darauf, also direkt auf dem gleichen Foto. Dann kann man auch beweisen, dass diese Sachen gestohlen wurden, wenn sie dann wirklich gestohlen wurden. Die Corona-Warn-App steht seit dem 16. Juni 2020 zum Herunterladen bereit. Das Nutzen der App ist freiwillig. Eine breite Nutzung durch die Bevölkerung wird empfohlen. Um über Smartphones das Nachverfolgen von Covid-19-Infektionen zu erleichtern. Die Bundesregierung verspricht einen hohen, durch einen hohen Datenschutz. Tja, aber Daten können abgefangen werden. Vor der Installation sollte man sicherstellen, dass es sich um die offizielle Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts handelt. Vor allem sollte man auf das grafische Symbol, also auf dieses kleine Icon, das Bildchen, achten, dass es auch exakt das gleiche ist. Bei Apple-Nutzern ist die Gefahr sicherlich nicht ganz so hoch. Bei Android ist aber die Möglichkeit, dass man auch Apps aus verschiedenen Quellen installieren kann. Für ein iPhone kann man in der Regel nur die Apps aus dem Apple-Store auch runterladen. Und nicht von externen Quellen. Außer über sehr spezielle Umwege, wenn man eigene Apps testen möchte. Das erschwert auf jeden Fall den Weg und führt dazu, dass man nicht so schnell an so eine falsche Corona-Warn-App drankommt. Allerdings sollte hier ganz dringend darauf aufgepasst werden. Es gibt sogenannte Testläufe, wo man Apps mal probieren kann. Das nutze ich selber für so ein belangloses Programm, um das alte Betriebssystem von Apple nochmal aufleben zu lassen. Also das alte iPhone 1, 2, 3 und so weiter. Dafür gibt es ja wiederum andere Apps, wo man sich dann solche Apps in der Entwicklungsphase zum Testen runterladen kann und schon mal ausprobieren kann. Mit der Begründung, man braucht ja Informationen über Bugs. Also wenn die App kaputt ist, irgendwo Stellen nicht funktionieren in der App, Fehler auftreten. Und dafür gibt es kleine Testgrüppchen, die an solchen Downloads teilnehmen können. Und so könnte zum Beispiel auch eine falsche Corona-Warn-App auf euer Handy kommen. Der Weg ist nicht einfach, da auch diese Apps in der Regel von Apple überprüft werden, aber die Chance besteht. Gerade ältere Menschen sollte man vor der Corona-Betrugsmasche schützen. Betrüger versuchen, Unsicherheit, Informationsmangel und Isolation zu Zeiten von der Corona-Krise besonders bei älteren Menschen auszunutzen. Ziel ist es, das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Klassische Betrugsmaschen wie zum Beispiel der Anruf eines vermeintlichen Polizisten oder der Enkeltrick werden hier gezielt von den Tätern genutzt. Der angebliche Polizist erklärt, dass ein Corona-Fall im Haus oder in der Wohnung aufgetreten ist und zwei Kollegen vorbeikommen müssen. Der Verwandte, meist Enkel, bittet um finanzielle Unterstützung, da er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Um ältere Angehörige, verwandte Nachbarn, Freunde und Bekannte vor Betrugsstraftaten zu schützen, gebt euer Wissen direkt an alle in eurem Umfeld weiter. Und solltet ihr an so einen Betrüger gelangen, als erstes direkt die Polizei darüber informieren in eurem Landkreis. Grundsätzlich gilt, man sollte die Aussagen, die getroffen wurden, erst einmal überprüfen. Gibt es denn wirklich einen Corona-Vorfall im Haus? Im einfachsten Fall geht man einfach durch die Wohnungen und klingelt einfach mal überall. Wenn man sich nicht direkt vor die Wohnungstür traut, um sich mit irgendwas anzustecken, kann man ja auch unten an der Gegensprechanlage einfach klingeln. Einfacher geht's nicht. Und bei Unsicherheit oder bei Betrugsverdacht sofort die Polizei unter der 110 Anrufe. Unbedingt neu anwählen und nicht die Rückruftaste benutzen. Denn auch die 110 kann direkt im Display gestanden haben. Oder eine andere Telefonnummer von irgendeiner angeblichen Polizeidienststelle. Wählt die Nummer einfach selbst. Habt ihr so jemanden am Telefon? Zum Beispiel den angeblichen Enkel oder irgendeinen Verwandten? Lasst euch sofort den richtigen Namen geben. Keine Namen raten. Also Ratespielchen sind am Telefon absolut ein No-Go. Man sagt, wer man ist, weil man sieht sich einfach nicht. Den Enkel, Verwandten selbst zurückrufen und fragen, ob das stimmt. Und nicht die Rückruftaste drücken, also die Wahlwiederholung, sonst landet ihr im Zweifelsfall wieder beim Kriminellen. Sondern nehmt die Nummer aus eurem Telefonbuch. Habt ihr die Nummer, warum auch immer gerade nicht zur Hand, ruft irgendjemanden anderen aus der Familie an. Nach Dingen fragen, die ja nur der echte Bekannte wissen kann. Fragt, was weiß ich, nach der Augenfarbe. Nach dem T-Shirt, das ihr das letzte Mal getragen habt. Und grundsätzlich gibt niemals irgendwelche persönlichen Daten von euch am Telefon einfach so raus. Und die finanziellen Verhältnisse sowieso schon nicht. Bei Unsicherheit oder Betrugsvertacht immer direkt die 110 anrufen. Betrugsmaschen mit dem Coronavirus. Allgemeine Tipps im Ratgeber der Internetkriminalität. Direkt auf der Webseite Landeskriminalamt Niedersachsen. Betrugsmaschen mit dem Coronavirus. Betrüger versuchen schamlos auf der Verunsicherung und den Ängsten rund um das Thema Corona Profit zu schlagen. Sie haben gängige Betrugsmaschen angepasst und nutzen die mediale Aufmerksamkeit, um damit Geld zu machen. Neben Fake-Shops und unter anderem Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, die dort angeboten werden, gibt es auch diverse Spam- und Phishing-Mails, die versendet werden. Falsche Polizisten oder falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamts versuchen mit dem Vorwand eines Corona-Schnelltests in euer Haus zu kommen. Auch mit dem Enkeltrick versuchen die Täter über das Telefon ihre Opfer, um hohe Geldsummen zu bringen. Detaillierte Informationen findet ihr auf der Webseite lka.polizei-nds.de Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und auch klar ist, dass wir nie verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, klicke hier jetzt gerne noch auf das letzte Video oder schau dir die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.